Erst einmal möchte ich mich bei dir vorstellen. Mein Name ist Margit und ich bin Hobbyautorin. Ich habe eine Romanserie geschrieben über das Phänomen Burnesha und daraus eine Liebesgeschichte gezaubert, aber auch die Problematiken und das harte Leben in Albanien dargestellt, geschildert und natürlich die Menschen dazu. Mir ist aber wichtig, dir nicht nur meine Romanserie vorzustellen, sondern ich möchte dir auch gerne einiges über Albanien erzählen, die Kultur, die Tradition und natürlich über dieses außergewöhnliche Phänomen Burnesha. Mir ist es wichtig, euch zu zeigen, was es eigentlich heißt, gar nicht so weit weg von hier, wie andere Kulturen mit queeren Menschen umgehen. Und sie haben dafür oft andere Bezeichnungen. Queer ist hier für uns in unseren Breitengraden ein klares Statement. Und naja, in anderen Kulturen haben diese Menschen zum Teil einen sehr, sehr wichtigen Auftrag. Sie sind eine sehr große Stütze für die Gesellschaft, aber auch für die Familien. Und die Burneshas sind in Albanien hoch angesehen. Und genau dieses Phänomen möchte ich euch zeigen. Also, ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal und ich freue mich auf einen Austausch mit euch.